Guten Abend meine lieben Freunde der allgegenwärtigen Monsterjagd und willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beginnt mit einem Heustoff. Ne, ich habe heute nicht besonders viel Zeit, darum mache ich jetzt so schnell eine Blitzaufnahme, sprich das wird jetzt eine Aufnahme für eine Folge. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, dieses feige Hühnchen, äh äh wie auch immer heißt, Tarek, genau, glaube ich war das, hat uns hier zum Ogfriedhof gebracht, zumindest zu den Anfängen des Ogfriedhofs. Und wir machen uns mal gleich hier rüber und schauen, was uns so erwartet, abgesehen von ein paar Snappern, ne, das sind keine Snapper, Beißern, okay, ja, ist natürlich was komplett anderes. Ob Snapper oder Beißer, ja, es ist ja geblieben gesprungen und da hinten haben wir schon unseren ersten Og, das sind aber hier nicht die Kameraden, die uns in der letzten Folge schon das Leben zur Hölle gemacht haben, sondern hierbei handelt es sich lediglich um Speer. Das heißt, die sind nicht ganz so stark, die gehen uns nicht ganz so auf den Frack, die werden wir recht schnell unboxen können. Ja, komm, boot, 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 boot. Äh, ja, gut, der sollte sich wohl erstmal den Org ausschalten, bevor der Beißer mit zu nahe kommt. Guten Tag. Was war das denn jetzt für ein Leck? Zack. So, der ist schon mal weg und jetzt bist du noch fällig. Ach, so, oh Gott. Gut, wie üblich, nicht der Rede wert. Der Org hat nichts weiter, äh, die Speer, das ist ein Orgjäger, Entschuldigung. Aber das ist ja hier. Warum leckt das? Was soll der Mist? Ey. Hör auf. Nicht lecken. Ey. Was ist das? Doofes Rechner-Ding. Ey, komm. Ja, 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 ganz ruhig. Zack, Ruhe. Warum leckt es hier? Warum leckt es hier? So, zack, weg und... Ey, was soll der Mist dann? Ich... Oh, super, jetzt brüllt nur noch meine Tochter. Boah, hier geht ja gar nichts runter heute. Kann das denn so weitergehen? Darf das so weitergehen? Da und rein? Ich glaube nicht. Deshalb, ja. Äh, mache ich hier nochmal ganz schnell kurz Pause. Äh, oder? Mache ich... Ja, ganz kurz schnell. Bis gleich. So, dann bin ich zurück. Ach, ja. Komm, Ork. Ich tue dir nichts. Naja, okay. Die war gelogen. Na, böser Ork. Nicht mich angreifen. Das tut man nicht. Ist ja noch einer. Ja, ist auch der Ork Friedhof. Dann muss ich... Ah, 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 ah. Du kannst herkommen, aber der andere unten, der soll erstmal bleiben, wo er ist. So, wir trinken mal schnell was, bevor es jetzt noch ganz anders wird. Die hauen ganz schön rein, die Kerle. Obwohl wir jetzt schon hier die Rüstung haben. Oh, da liegt ein toller Templer. Templer? Ja doch, Templer. Aua. Auf. Böse Ork. Böse Ork. Ganz böse Ork. Hm. Den hat es zerrissen. Das riecht der Schwert. Das bringt uns nicht viel, richtig? Einzige, was jetzt stärker ist, was wir haben, das sind die Ork-Waffen. Aber diese klobigen Zweihänder, die brauch ich nicht anzufangen jetzt. So, drücken wir mal die Winde. Und wir können in den Ork-Friedhof hinein. Warum ist der Ork-Friedhof eigentlich wie so ein... Achso. Das soll ein Ork-Maul darstellen. Ich dachte, wie so ein Schlangen-Maul oder Drachen-Maul. Irgendwie sowas in der Art. Aber es war letztendlich doch nur... Das hauseigene Warzenschwein. Ja. So, wir haben gespeichert. Und auf geht's. Dadadada. Schön, das Bild. Schöner Ladescreen. So, und da sind wir auch schon im Ork-Friedhof. Was erwarten wir uns hier wohl, außer Orks? Vermutlich noch mehr Orks. Ach. Guck, guck. Irgendwie... Ja, hatte. Okay. Merksam. Auf. Das ist jetzt ein Speer. Gut. Das andere eben hat alles noch. Jäger. Ja. Da war da grad noch einer. Hallo? Ach, da unten ist er. Komm. Gut, gut, gut. Hallo, Kollege. Da gibt's ja klar, dass sie latschen. Wer hätte's gedacht. So. Schauen wir uns mal weiter um. Ein sehr düsterer Ort. Ob das hier wirklich einfach nur ein Friedhof ist? Ich kann's mir nicht wirklich vorstellen. Das sieht man nach allem aus. Nur nicht nach einem einfachen Friedhof. Aber die haben ja gesagt, die nennen diesen Ort nur so, weil die Orks ihre Leichen hier hinbringen. Das heißt ja nicht zeugsläufig... Oh, Höhlenpilz. Du hast Gitter gegriffen. Mumie. Ork-Mumien. Noch mehr Ork-Mumien. Und noch mehr Pilze. Aber wir nehmen mal das Nachtschattengewächs und den Mondsch... B-b-b. Der Nachtschattengewächs, Dankeschön. Und das Mondschattengewächs mit... Ich kann mal so ein bisschen schlabulieren hier. Dann gibt es ja schön... Lebenspunkte mehr. Noch ein toter Templer. Und lauter Joints, die die tragen. Alles drogenabhängige Ärzte hier. Da schleicht auch schon der nächste Ork rum. Wir speichern aber, bevor ich es aber noch mache. Denn bei der Stärke, die die Orks aufweisen, kann es hier jederzeit zu einer Massenpanik meinerseits führen. Vor allem, wenn da zwei gleichzeig stehen. Guck mal, ob ich nehmisch. Guck, guck. Hier bin ich. Jemand hat ja komplexe, oder? Ich bin mal mutig. Oha, das ist noch einer. Drei Stück! What the fuck? Komm. Du siehst mich doch jetzt garantiert. Jawohl, der hat mich schon mal gesehen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut, wenn ich den Einzelnen anlocken kann. Ujachaka. Das ist einer weniger. Da konnte er halt mal seine Waffe ziehen. Arme Sau. Der hat mich jetzt auch im Blick. Da liegt doch schon wieder ein toter Templer. So, der ist auch weg. Und der dritte dürfte es eigentlich kein Problem mehr für uns sein, hm? Attacke! Ja, ja, bist du gecheckt, dass was er abgeht, ist er tot. So, und der Templer. Auch nur ein... Wow, nur mehr. Wenn du mich stärker, die Waffen von denen. Ja. 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 Haben wir mal gekonnt, Sprung. Juhu! Und jetzt, schauen wir mal. Das nichts. Oder? Doch, da unten geht der Punk ab. Ey, jetzt geht die hier ab. Ey, meine, die Orts, die Fiescher abschlafen. Ey, die brauche ich noch. Ey, lass die Templer in Ruhe. Der. Ey. Lass den Ball in Ruhe. Dreckssäcker, komm her. Und du auch noch. Nee, der Waffe geht. Oh, der sowieso stirbt. Das ist noch ein Ork. Attacke! Das war... Der war nicht so bestätigt, der Kerl. So. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Du hast die doch alle allein umgekippt. Kor Angar schickt mich. Oh, oh. Habt ihr irgendein Zeichen des Schäuers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er... Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Ist ja gut. Meine Kampfkünste sind sehr begrenzt. Und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Äh, was springt für mich dabei raus? Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige, grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Das werden wir noch sehen, ob der Schläfer derzeit. Ich werde dir helfen. Vielleicht helfe ich dir erst mal, sonst bist du hier unten nämlich verloren. Sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen, die voraussehen. So, als erstes mal du, Kasper, hier. Das mit mir nicht bei, aber Sack ist hier her. So. Dann schauen wir gerade mal hier. Die Templer. Oh, sind ja leider der Tod. Ach ja, das ist eine Tragödie. Was auch immer der Scheiß-Soll hier. Warum? Wenn das hier einfach nur ein Friedhof ist. Warum sind hier wirklich überall Orks? So, das holen wir mal aus der verpackten Wand raus. Wir speichern. Dann schlage ich vor. Gehen wir hier von rechts nach links. Einmal entgegen der eigentlichen Richtung. Schauen wir mal, was uns hier unten erwartet. Ein Ork. Na ja, klar. Noch ein Ork. Hm. Na, schauen wir uns erst mal den hier. Das sah so verloren aus. Auf jeden Fall ist er tot. Das ist noch. Guck mal. Ich glaube, die haben es nicht so ganz gecheckt, dass ich hier bin, oder? Netter Lenden-Shirts. Da ist ja die Wand reingefallen. Okay, ich glaube, hier ist einiges nicht so ganz richtig, aber es sei mir recht. Es dient meiner Erheiterung und vor allen Dingen meinem leichteren Durchspielen. Na, komm her. Komm, du bist weg. Das ist auch gleich eine Geschichte. Aua. Na, na, na. Du wirst mich doch nicht treten. Äh, schlagen. So. Oh, das gibt Geld. Mit die Waffen alle vertickert. Hier ist immer gut, mit ein bisschen Gesundheit rumzurennen. Hier geht es nicht weiter. Da war ein Skelett, jetzt ist es weg. Das kann ich gegen dich tun. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Oh, ein Schalter. Okay, jetzt habe ich mal so gefahrt. Das hier ist eine massive Felshöhle. Wie haben die es geschafft, da irgendwas an die Wand zuzimmern? Kruschwartokka, wie die auch immer alle ihren Scheiß nennen. Eine Pergamentrolle. Ich habe was für dich. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mittendurch gerassen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Woll. Aber wenn ich das gerade mal so bedachte, hier liegt ein menschliches... Lag ein... Liegt, lag, liegt, lag. Ein menschliches Skelett hat eine Waffe im Rücken. Nimm ich das hier wahrscheinlich. Kruschpack. Und warum? Er hat also eine Spruchrolle geklaut. Und wurde dann von den Orks gefangen genommen. Beziehungsweise wurden in den Kerker gesperrt. Und dort erschlagen. Die Orks haben nicht versucht, die Rolle irgendwie zurückzunehmen. War die denn nicht wichtig? Irgendwas ist hier echt komisch. Ich beischere jetzt hier oben nochmal. Ist aber wahr? Gehen wir mal in den nächsten Gang. Der sieht nämlich so aus, als wäre wichtig. Also gehen wir mal hier rein. Entspricht eigentlich jeglicher Logik, aber... Wir wollen ja versuchen... Ah, da geht es runter. Ich glaube, in dem Stein, wo wir gerade waren. Waffen. Trank. Pfeil. Kruschpack. Guck mal, hier hat eine Schlachtstadt gefunden. Irgendwann mal. Kampfschwert, Pfeil. Da ist noch einer Schro... Noch eine Spruchrolle. Pergamenthälfte. Hier ist ein zerrissenes Stadtpergament. Leck. Ach, wo ist der Kerl dann? Na super, jetzt rennt der unter mir irgendwo rum. Ach. Können wir jetzt abbrechen? Ne. Dann schauen wir mal, ob er wieder hochfindet. Das hatte ich... Genau das hatte ich beim letzten Mal auch, als ich gespielt habe. Der Kerl hat es aber irgendwie wieder geschafft, hochzukommen. Ich lasse ihn mal rennen. Mal gucken. Das ist ja sehr amüsant, sowas zu sehen. Ja, jetzt rennt er ganz außen rum. Ja, fein machst du das. Lauf. Wo auch immer du jetzt bist. Ist das nicht schön? Solche Sachen sind doch manchmal amüsant anzusehen. Jetzt versucht er wahrscheinlich gerade irgendwo hochzurennen, was nicht funktioniert. Und meine Damen und Herren, willkommen zu den Unsichtbarkeitsmeisterschaften. Heute im Unsichtbarkeitsein. Und an der vordersten Front steht Ball. Wie auch immer er hieß, er versucht sich gerade wunderbar durch die Wand zu klitschen, indem er wieder zu uns hochkommt. Aber er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Er geht langsam die Wand hoch. Was wird wohl passieren? Was wird wohl passieren, meine Damen und Herren? Er hat es tatsächlich geschafft. Er ist dran vorbeigerannt. Und was wird es jetzt noch als nächstes? Wir sind gespannt. Wir wissen es nicht. Er rennt irgendwo lang. Wir können es nicht sehen. Wir können es nur vermuten. Und wird er es schaffen? Das ist hier wirklich die riesige Frage, meine Damen und Herren. Das glaubt uns kein Mensch, was wir hier machen. Ja. Hallo, Kollege. Gut. So habe ich mir eigentlich meine Kurzaufnahme jetzt nicht vorgestellt. Das ist aber eigentlich ja trotzdem sehr lustig anzusehen. Ach ja. Was zum Geier macht der Kerl da? Würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Ja. Ja. Oh, meine Damen und Herren. Er hat sich tatsächlich weiter gehackelt. Er ist wieder ein Stück höher. Hallo. Ja, komm. Ja, weiter. Ja, super. Er schafft es. Er wird es schaffen. Er geht immer höher. Das erkennen wir an dem Kamerowinkel. Jetzt geht er wieder nach unten. Das war verkehrt. Und da kommt wieder das Gelände ins Spiel. Und da sind unsere Füße. Er hat tatsächlich unsere Füße wieder erreicht. Und er schafft es auch wirklich hoch. Wird er es so schaffen? Es hat so alles eine Anscheinung. Wir sind schon auf Schulterhöhe, meine Damen und Herren. Das kann sich nur noch um wenige Stunden handeln. Bis er es endlich schafft, zu uns herzukommen. Und er läuft. Er läuft. Weit, weit. Und könnte es wirklich sein, dass er zu uns kommt? Wir wissen es nicht. Wir schauen uns lieber die wunderbaren Schnallen an unseren Beinen an, die unsere Rüstung halten. Oh, er hat es hoch geschafft, meine Damen und Herren. Er hat es tatsächlich hoch geschafft. An uns vorbei. In die Höhe. Jetzt kann es sich nur um Minuten handeln, bis er endlich zu uns runtergelaufen kommt. Was hat er wohl alles Spannendes zu erzählen, wenn er ankommt? Wir wissen es nicht. Wir haben hier mittlerweile eine Pergamentrolle durch die Wand hindurchgegeben. Das kann ja wohl nicht sein. Das können nur Bugs sein. Aber wir werden weiterspielen, meine Damen und Herren. Das wird es alles geben hier bei Let's Play Gothic mit dem Metzl. Und wird er wohl endlich mal hier runterkommen. Sonst rede ich ihm in seinem verdammten Arsch, den er unter der kleinen knuffigen Robe versteckt. Jetzt gib mal endlich Gummi. Das kann doch nicht sein. Meine Zeit ist schon fast rum. Ich habe doch keine Zeit, meine Damen und Herren. Ach ja, meine Güte. Ich fühle mich hier wie ein Sportreporter. Das gibt es doch echt nett. Sportreporter wie der Willen. Oder wie, würde man dazu sagen. Ja, komm, jetzt hast du es doch bald. Wie oft willst du eigentlich noch da hochrennen? Du bist doch da völlig verkehrt. Du musst doch hier runter zu mir. Ach, komm, Kollege. Schnuffel dazu. Heute haben wir ja sehr viel erreicht in dieser Folge, muss ich feststellen. Meine Güte, komm her. Sonst dreht mich dir in deinen Arsch. Du bist ja zum Glück unverwundbar. Und die Zeit tickt, und die Zeit tickt, und die Zeit tickt schon 21 Minuten, seit ich die Aufnahmen begonnen habe. Also, mit dem Weggehen hier, das ist, bei euch wird es ein bisschen weniger sein. Ja. Es ist immer wieder schön, wenn man sollte sich wissen, wo rennt der dann jetzt lang? Wir sind wieder auf Kopfhöhe. Eindeutig. Komm, hier, weiter rechts, rechts bei der Eingang. Also, von dir aus gesehen links. Er rennt definitiv irgendwo rum. Also, da können wir uns einig sein, oder? Äh. Hä? Wieso habe ich nur das Gefühl, dass dem gleich so eine riesige Horde Orks irgendwie hinterher rennt, wenn der zu mir kommt? Ja, komm. Komm. Komm, putt, 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 putt. Ob der das irgendwann nochmal... ...hinkriegt, was der da vorhat? Ja, ja. Jetzt steht er. Super. Tolle Wurst. Jetzt bewegt er sich ganz langsam. Er bewegt sich ganz langsam. Also, ich gebe ihm noch zwei Minuten. Zwei Minuten hat er noch. Ja, weiter. Komm. Komm. Komm, komm. Das ist eine sehr amüsante Aufnahme, die es macht. Das muss ich ja schon sagen. Da denke ich mir, ach komm, damit eine Aufnahme... ...eine Folge morgen rauskommt. Nimmst du noch schnell auf? Ja. Ich habe vergessen, dass diese Szene jetzt kommt. Ach ja. Ist das nicht schön. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Komm, jetzt gib Gummi. Du bist doch wieder auf dem richtigen Weg. Mich würde echt mal total interessieren, wie der da oben rumrennt. Das würde ich gerne mal sehen. Ach, Mann. Komm her. Langweilig. Ach, Mann. Ist das Feuer nicht schön animiert. Oh Gott, ey. Ich hoffe an alle von euch, die schon jemals Gossip generell gespielt haben, dass sie diese Szene auch kennen. Es ist einfach so... Aha. 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 Komm, jetzt endlich. Ich habe auch keine Lust mehr. Drei Sekunden hast du noch. Ab. Jetzt. Komm, 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 komm. Zum Glück habe ich eben oben gespeichert. Muss ich jetzt meine Eigenverteidigung sagen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da der das ganze hier nochmal passiert und dann werden wir uns bei der nächsten Folge an genau dieser Stelle hier wiedersehen also bis dann, tschüss